Neben der Generierung von Texten bittet dir der Co-Pilot von Microsoft auch die Möglichkeit, Bilder zu generieren. Dafür greift der Co-Pilot aktuell auf DALI 3 zu. Ich habe hier die Webseite copilot.microsoft.com bereits geöffnet. Scroll ich hier nach unten, kann ich wieder den Unterhaltungsstil auswählen. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mit dem kreativen Unterhaltungsstil für mich besser passende Bilder generieren kann. Aber nun möchte ich dir vier Beispiele zeigen, die ich mit dem Co-Pilot von Microsoft für den Unterrichtsalltag erstellt habe. Zuerst habe ich den Co-Pilot gebeten, mir ein Bild für einen Schreibimpuls zu erstellen. Das Thema war ein Tag im Vergnügungspark. Diese vier Bilder wurden mir dann vom Co-Pilot zur Verfügung gestellt. Hier siehst du auch, erstellt wurden die Bilder mit dem Image Creator, unterstützt von DALI 3. Nun möchte ich allerdings etwas mehr vom Vergnügungspark sehen und nicht nur die lachenden Gesichter in einer Achterbahn. Ich habe nun daher den Co-Pilot gebeten, zeige mir etwas mehr vom Vergnügungspark auf dem Bild. Das Bild wird überarbeitet. Und als Ergebnis habe ich nun diese vier Bilder bekommen. Gefällt mir nun ein Bild, mir persönlich gefällt das Bild links unten sehr gut, klicke ich darauf und wenn ich es herunterladen möchte, klicke ich mit der rechten Maustaste auf das Bild und kann mein Bild dann wie gewohnt speichern. Da die Möglichkeit Bilder mit KI zu generieren noch relativ neu ist, gibt es hier aktuell noch keine eindeutige Rechtslage. Ich persönlich handabe es so, dass ich angebe, dass das Bild von einer KI generiert wurde und ich gebe auch den Namen der KI an. Möchte man es besonders genau nehmen oder für andere Personen nachvollziehbarer gestalten, würde ich dir empfehlen, dass du auch den Prompt zusätzlich zum Bild angibst. Als nächstes Bild wollte ich ein Bild von einer Szene aus der Eisenzeit. Ich habe hier dieses Bild genau beschrieben. Ich möchte die Menschen beim Anbau von Getreide sehen, beim Schmieden von Eisen, bei der Herstellung von Kleidung und auch beim Tauschen von Eisensalz oder Töpferwaren. Mit Hilfe dieser Angaben hat mir der Co-Pilot folgende vier Bilder erstellt. Aus diesen vier Bildern kann ich nun wieder auswählen. Ich entscheide mich hier für das Bild rechts unten, klicke darauf, erhalte das Bild in groß und kann es mit einem Rechtsklick wieder herunterladen. Als drittes Szenario wollte ich nun ein Bild einer Person erstellen lassen für eine Personenbeschreibung. Ich habe hier die Eigenschaften angegeben. Männlich circa 45 Jahre, braune lockige Haare, eine Brille mit dicken Rand, eine Narbe auf der linken Wange, grüne Augen, schmale Lippen und eine große Nase. Aufgrund dieser Beschreibung hat mir der Co-Pilot diese vier Bilder erstellt. Was du hier erkennen kannst ist, dass nicht auf allen vier Bildern meine Bitte, eine Narbe auf der linken Wange zu platzieren, erfüllt wurde. Zusätzlich hätte ich gerne die Haare noch mit ein paar grauen Strähnen versehen, um die Person etwas älter aussehen zu lassen. Ich habe das auch formuliert, mache die Haare durch ein paar graue Strähnen für das Alte passender und erhalte nun diese vier Bilder. Beim Erstellen ist nun leider die Narbe bei allen Bildern verloren gegangen. Darauf weise ich den Co-Pilot nun hin. Der Co-Pilot entschuldigt sich höflich bei mir und erstellt noch einmal vier Bilder. Mir persönlich gefällt das Bild links unten am besten, auch wenn die Narbe nicht links, sondern rechts ist. Je mehr Eigenschaften du hier in deinen Anfangsbefehl, in deinen Anfangsprompt einbaust, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine der Eigenschaften bei der Bildgenerierung leider verloren geht. Aber wie du an diesem Beispiel gesehen hast, durch weitere Befehle kannst du das Ergebnis immer weiter verfeinern. Zu guter Letzt habe ich den Co-Pilot nun noch gebeten, mir ein Bild zu erstellen von einem Schulgebäude, das im typischen Stil von Picasso gestaltet ist. Das würde sich im Unterricht beispielsweise anbieten, um die Stilmerkmale berühmter Maler zu analysieren. Bevor mir der Co-Pilot nun das Bild erstellt hatte, bekomme ich in der Antwort auch noch ein paar Informationen zu Picasso und auch, was seinen Stil ausmacht. Scrolle ich weiter nach unten, bekomme ich nun die vier Vorschläge des Co-Pilot. Diese gefallen mir prinzipiell schon ganz gut, ich hätte sie aber gerne noch mehr im Stil von Picasso gestaltet. Ich bitte den Co-Pilot daher, mache die Bilder noch typischer im Stil von Picasso. Nach dieser Bitte sehen die Bilder nun so aus und ich denke, auf einigen der Bilder ist der Stil von Picasso wirklich deutlich zu erkennen. Wie du siehst, ist es gar nicht so schwer, mit Hilfe des Co-Pilots Bilder zu erstellen. Stelle dich aber darauf ein, dass die Bilder nicht beim ersten Versuch immer deinen Vorstellungen entsprechen werden. Wie du aber gesehen hast, kannst du das Ergebnis noch adaptieren und Änderungen vom Co-Pilot durchführen lassen. Natürlich lassen sich nicht nur Bilder für den Unterricht generieren, sondern auch andere Spielereien. Das überlasse ich nun aber deiner Fantasie. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Generieren von Bildern mit dem Co-Pilot von Microsoft.